Pass mal auf, Alter. Du verwechselst Höflichkeit mit Schwäche, Alter. So, Freunde, wir halten uns ganz kurz, würde ich sagen. Wir starten rein hier in ein relativ langes Video heute wieder, das mir bei Instagram zugeschickt wurde, und zwar auf dem Kanal von Cengiz44TV. Das Video heißt Manuelsen Forever Hangaround. Macht wieder Ansagen. Ich habe keine Ahnung zu einer Vorstory, was die schon mal miteinander zu tun hatten oder woher die sich kennen, was es genau für ein Problem gab. Es klang relativ interessant, deswegen dachte ich mir, würde das relativ gut passen. Und ja, wir schauen einfach mal in das Video rein. Kritisches Video wahrscheinlich, ich sage jetzt mal über Manuelsen. Ich würde jetzt nicht direkt gegen sagen. Und ja, wir labern eh schon wieder viel zu lange rum, wie immer. Deswegen halte ich meinen Maul und let's go. Moin, moin, meine Freunde, was geht? Herzlich willkommen hier bei Cengiz44TV. Leute, es ist die letzten Tage, was passiert. Ich wollte das hier mal mit euch teilen und mitteilen, weil ich langsam es wirklich like bin. Die ganze Zeit hinter Kulissen da irgendwelche Anrufe von rechts, von links. Es geht nicht mal um die eine Partei. Okay, man merkt schon direkt auf jeden Fall so an seiner Stimmung, dass er nicht ganz so gut drauf ist. Man hat schon irgendwas mit Anrufen gehört. Ich kann mir schon denken, in welche Richtung es gehen könnte. Aber ja, ich sage jetzt lieber Manu nichts dazu. Die Partei, über die ich jetzt hier gleich reden werde, ja. Das gab es auch schon vorher von anderen Seiten. Immer mal wieder, seitdem ich YouTube mache, ja. Guck mal, ich erzähle euch mal die Geschichte von Anfang an, weil einige Leute sagen hier, verstehe ich mir gar nicht, du bist doch eigentlich gut mit dem und hast du nicht gesehen, ja. Ja, es geht um Manuelsen. Die Leute haben das schon richtig erraten, ja. Schaut mal, ich habe letztes Jahr mit YouTube angefangen, war gerade drin in der ganzen Sache, weiß nicht, drei Monate oder so, drei, vier Monate, nachdem ich angefangen hatte, schreibt er mir über WhatsApp, er muss mit mir, nee, er schreibt mir über Instagram, ob er nicht mal eine Nummer haben kann, dass wir mal reden. So, klar, dies, das, tralala. Das sind auf jeden Fall schon wieder die guten alten, ja, Deutsch-Rapper-Anrufe im Hintergrund. Ich habe letztens schon mal so ein bisschen darüber geredet, das müsste, welches Video war das nochmal? Das war das Video von Ruth und Shirin David. Da hatten wir das auch schon mit dem Manager von der, der irgendwelche Leute bedroht hat oder irgendwie angeblich bedroht hat, wie auch immer. Wir müssen natürlich aufpassen, was wir hier jetzt sagen. Ja, aber, ja, also irgendwie, keine Ahnung, was zurzeit, wie da alles abgeht. Ich, ja, ich sage dann gleich mal noch später, irgendwann im Verlauf des Videos, meine Meinung mit diesen ganzen Hintergrunddingern und so, weil langsam wirklich ist es einfach, ja, es ist halt lächerlich einfach, finde ich. Irgendwann wir telefonieren, super höflich, super respektvoll auf beiden Seiten so. Da ging es gerade um die Sache, da hatte gerade Timot und Flair Streit irgendwie. Darum ging das, weil ich hatte dazu ein Video gemacht und die Sache war gegessen. Und ich hatte das Ganze aber schon mit Timot geklärt und wir haben dann trotzdem, ich habe dann trotzdem mit Manuel Hilsen dann nochmal gesprochen gehabt. Und dann hat man immer mal wieder kurz gesprochen, so. Wenn ich sage, immer mal wieder so, alle paar Monate mal. Aber immer von seiner Seite aus. Wenn ich versucht habe, ihn mal zu erreichen, wurde da nichts draus, habe ich keine Antwort gekriegt, ja. Egal, ich dachte... Ja, das ist tatsächlich auch so eine Sache bei vielen Leuten, die irgendwo in diesem Deutschrap-Ding und so mit drin hängen. Ja, wenn die irgendwas von dir brauchen so, kommen die immer auf dich zu. Fragen, Fragen, Fragen. Wenn du irgendwas mal von denen brauchst und jetzt nicht irgendwie denken, irgendwie sowas, ja, wie, keine Ahnung, kannst du mich posten, sonst irgendwas. Überhaupt nicht in so eine Richtung. Aber dann, ja, helfen einem im Umkehrschluss auch nicht wirklich viele Leute oder sind bereit dazu, einem zu helfen. Die meisten antworten einem dann gar nicht, ja, oder interessiert das halt gar nicht so. Nur wenn die was von dir brauchen, dann kommen die trotzdem wieder. Auch wenn die dir nicht geholfen haben, aber so, wenn die wieder was brauchen, kommen die wieder. Zu mir, guck mal, ich war da beim ersten Telefonat, ich sag euch, wie es ist, ich war Fanboy, so, weißt du. Bin gerade neu in dieser Sache und rede da gerade mit jemandem, dessen Musik ich pumpe, seit keine Ahnung wann, ja. Ich meine, ich bin jetzt, ne, ich bin auch kein kleines Kind, ich bin 32, er ist 42, er ist zehn Jahre älter. Alles schön und gut, ne. Ich die ganze Zeit sehr höflich gewesen, ne. So, hab akzeptiert, dass er so in unserem Kulturkreis ist, ne. Nenn ihn Abi, ne. Abi hier, Abi da. Und, ja, so kam das ab und zu, dass mal ein Anruf kam, ey, guck mal, hier hast du ein bisschen vielleicht über die Stränge geschlagen, so, muss das sein, dies, das, ne. Also, was ich da direkt sagen muss, ne, Cengiz ist ja jetzt auch nicht der allergrößte YouTuber, genau wie ich auch nicht, ne. Also, er hat jetzt ungefähr, sagen wir mal, doppelt so viele Abonnenten wie ich. So, das bedeutet, wir sind eigentlich in diesem ganzen Ding. Man könnte meinen, dass wir die Leute ja eigentlich gar nicht interessieren dürften, weil, so, die sind ja von der Reichweite her deutlich größer als wir, so, ne. Ich kann mir schon vorstellen, wenn er sagt, dass er Anrufe bekommen hat, er hat irgendwo über die Stränge geschlagen und so, das war bei mir zum Beispiel noch nie der Fall. Ähm, aber, so, dann denke ich mir halt, warum musst du einen YouTuber in so einer Größe anrufen, wenn das schon länger her ist, hatte er ja noch weniger Abonnenten, dann war er vielleicht in meiner Größe, warum muss man solche kleinen oder verhältnismäßig kleinen Leute da irgendwie anrufen und denen sagen, ey, du hast da und da über die Stränge geschlagen. Das verstehe ich an sich schon einfach nicht, weil ich mir so denke, Digga, scheiß doch einfach drauf. Aber warum muss man dann irgendwie versuchen, so kritische Meinungen eher zu unterbinden oder so zu sagen, ja, na, lass das mal lieber. Bei Mois war das das allergleiche. Ich weiß nicht, wie viele Abonnenten der hatte, als es so bei ihm losging. Aber das ist halt so unnötig einfach. Aber man sieht bei vielen Leuten, und das ist jetzt nicht auf Manu Elson bezogen, sondern generell, man merkt einfach, dass viele Leute, ja, wie soll man das ausdrücken, so die öffentliche Meinung, die jemand äußert, die vielleicht mal nicht so positiv ist. Wenn die positiv ist, ist alles gut. Dann kommen die Leute an, Bro, Bruder, sonst irgendwas. Wenn aber mal was nicht so gut ist, dann können die das einfach nicht, ja, ertragen. Natürlich auch nicht alle, aber es gibt auf jeden Fall Leute, die da irgendwie nicht mit umgehen können. Aber wie gesagt, immer alles, immer alles respektvoll, immer alles cool. Wir haben dann darüber geredet, und wenn ich es verstanden habe, wenn ich es eingesehen habe, sagen konnte, okay, ich habe wirklich einen Fehler gemacht, habe ich das dann auch zugegeben, und meinen Fehler korrigiert. Versteht ihr, das sind so diese Mafia-Taktiken, mit dem höflich bitten, ne, aber da kommen wir jetzt gleich zu. Auf jeden Fall ist es dann, ist es dann so, letztens, wo es dann hieß, hör mal, da fing mit dem Foto an, wo wir Foto vom Friseur gemacht haben. Da kamen schon Anrufe von ihm, von einem Freund von ihm, ja, was soll das, und Duisburg ist maximal angepisst, und keine Ahnung, dies, das, tralala, ne, ich denke mir so, Alter, vielleicht ist ein Foto so, weißt du, was ist los? Ja, das ist halt auch irgendwie so das Ding, wem gehört die Stadt und so, das ist halt, keine Ahnung, Mann, ich, ich weiß nicht, ich verstehe diese Diskussion, um dieses ganze Zeug einfach nicht, und diese ganzen Hintergrunddinger, vor allem gerade, wenn es bei Rap ist und so, natürlich hängt viel da dran, irgendwie, was halt indirekt mit dazu gehört, weil die Leute das mit reingezogen haben, irgendwelcher Rücken, Rockerclubs, sonstiges Zeug so, was ja an sich mit der Musik nichts zu tun hat, aber ich sitze dann da immer und denke mir so, es geht doch einfach nur um Rap, das war genau die Aussage, die ich letztens auch in dem Ruth Video getroffen habe, wo ich auch meinte, ey, es geht hier eigentlich um Musik so, und nicht darum, dass irgendjemand bedroht wird, irgendwelche Leute im Hintergrund irgendwas machen und so, ja, die machen da, die machen da überall mit ihrer Brillenschlange Welle, weißt du, gehen dahin, gehen hier hin, können über Gott und die Welt reden, egal, auf jeden Fall, dritter Teil draußen, von dem Interview, kommt eine Nachricht, glaube ich, kein Anruf, kam eine Nachricht, so von wegen, ich bin ein Fake-Einprozenter, weil ich auf, weil ich ein 31er in mein Interview hole. Dazu kann ich sagen, ich habe es ja vorhin schon gesagt, in diesem ganzen Rocker-Ding bin ich null drinnen, also Ali Osman und was da, den Namen habe ich schon mal gehört, aber was da irgendwie mit dranhängt, was vor allem stimmt davon, was man irgendwo mal aufschnappt, so, da dürfte ich mich nicht fragen, deswegen, dazu kann ich halt gar nichts sagen, natürlich kann man aber bei so einem Punkt verstehen, dass es dann wahrscheinlich Leute gibt, die nicht so gut drauf zu sprechen sind, wenn er da mit so jemandem ein Interview macht, da kann ich sogar noch mehr nachvollziehen, als wenn es so wirklich rein um dieses Rap-Ding geht, wie es bei Mois war, also es scheint hier vielleicht eher wirklich mit diesem Interview zusammenzuhängen und jetzt nicht irgendwie, ja, also generell irgendwie. Und auf deren Nacken, weil er da kurz über die redet und nicht mal was Schlimmes sagt, er redet den auch groß. Er sagt, ey, ihr seid eine riesige Maschinerie, ich bin ein kleiner Bauer, ja, aber solche Leute hören nur das, was sie hören wollen. Dann heißt es ja, ihr macht, du machst Klicks auf unseren Nacken und dies und jenes und gibst so einem Plattform und du bist ein Fake-Einprozenter, sagt er zu mir. Guck mal, ich bin trotzdem höflich geblieben, gesagt, guck mal, wenn ihr was wollt, ne, redet mit Ali Osman selber. Ich schreibe niemand meiner Gäste vor, was die zu sagen haben oder was die nicht zu sagen haben. Er ist bei euch in Duisburg, wenn ihr was von ihm wollt, klärt das mit ihm selber. So, hat der Ali Osman übrigens auch selber gesagt, wenn jemand was von mir will, soll er zu mir kommen, warum gehen die zu dir? Auf jeden Fall, dieses, äh, diese, dieses, äh, Glaber dann von ihm und ich bin trotzdem cool geblieben, ne. Ich hab dann gesagt, komm, scheiß was drauf, ne. Hast du Respekt, er ist der Ältere. Und dann, ein Tag später, ich hör mir die Scheiße nochmal an. Ich hab auch derweil mit Mazdaq geredet, ne. Mazdaq ist ein Bro von mir. Ich sag, guck mal, so und so und so, ne. Gestern diese, dieses Theater. Meinst du, ja, und was willst du machen? Willst du ein Video machen oder sowas? Du sagst so, nein, sag ich, ich werde erst versuchen nochmal mit ihm zu reden. Guck mal jetzt. Guck mal, was ich mache. Er nennt mich Fake 1%, da guck mal, was ich mache. Ich schreib ihm, ich sag, guck mal, bisher, bei uns war immer respektvoll. Egal was war, wir konnten immer vernünftig miteinander reden. Aber gestern, du hast eine Grenze überschritten. Entschuldige dich dafür. Das belastet mich. Lass uns nicht, lass das nicht zwischen uns stehen, ne. Entschuldige dich dafür. Alter, der Typ schreibt Bolshans, ja, viel Glück auf Türkisch und blockiert mich. Lan, pass mal auf, Alter, ja, du verwechselst Höflichkeit mit Schwäche, Alter. Du verwechselst Höflichkeit mit Schwäche. Du nennst mich ein Fake 1%, das bist du, sonst bist du nix. Ich hab dir gesagt, pass mal auf, bevor ich mich mit solchen Leuten treffe, ich setze mich auch mit den richtigen Leuten an den Tisch, mir scheißegal, mit wem du dich an den Tisch setzt. wer bist du, dass dir das scheißegal ist? Wer bist du, dass du über einen anderen Club redest, Lan? Du sagst mir, ich mach Dingens, Klicks auf euren Nacken? Hör mal, du hast ein Buch ausgebracht, wo du über die Scheiße von damals redest. Ja, was ist das denn? Ist das nicht Klicks, ist das nicht Klicks auf deren Nacken? Was ist denn das? Ist das nicht Geld auf deren Nacken? Ihr gebt so einem, ihr gebt so einem Typen wie Birkan, eine Plattform, Alter, macht mit den Fotos, lasst den da reden und zieht alles in den Dreck, redet über Red and Gold Nation und beleidigt die. Aber, keiner erwähnt, dass der Birkan als erstes zu dem Bullen gerannt ist und gesagt hat, der will mich töten, der will mich töten, ich brauch Schutz. Dann soll doch eine Geschichte richtig erzählt werden. Guck mal, ich hab bis heute meinen Mund gehalten, ab heute ist es vorbei, ich halt nicht mehr meinen Mund. Du, ey, du redest von Bushido. Also ich kann sagen, ich bin gespannt, was von der anderen Seite zurückkommen wird, aber ich kann mir vorstellen, gerade halt Manu Elsen wird es bestimmt nicht gefallen, so ein Video hier. Keine Ahnung, ob das sein muss. Lass die Leute einfach machen, was die wollen, wenn jemand irgendwas sagt, so. Dann geht vor allem ja, wie er ja vorhin schon meinte, zu den Leuten, die es betrifft und nicht zu irgendwie jemandem, der halt das Interview gemacht hat. ja, keine Ahnung, halt ist es schon, insgesamt würde ich sagen, ist es schon unnötig alles. Dass Bushido dreckig ist und dies und das und Unterdrücker und dies und jenes, Alter, du bist selber der größte Unterdrücker. Du bist selber der größte Unterdrücker. Wen hast du nicht alles gesucht? Wen hast du nicht alles gesucht? Ey, als du den Streit mit PA hattest, guck mal, ich war der Einzige, ich war der Einzige, der da gesagt hat, ey, guck mal, hier und da, ne, ich mag das nicht, wenn alle auf Eintreten, ne, hab versucht, die Sache neutral zu betrachten und als Dank dafür sagst du mir irgendwas von wegen, keiner braucht für mich die Fahne hochhalten. Nein, du bist undankbar. Du bist undankbar und du drückst immer nur die Leute, wo du glaubst, dass du stärker bist. Das ist das. Ja? Dann höre ich so Sachen wie Manuelsen labert da irgendwelche, macht, will irgendwelche Features mit den und den Leuten machen, nimmt Kohle, aber liefert dann nicht ab. So. Und weil Baba Manuelsen ist ja unantastbar, an den kommt dann keiner ran, weißt du, wenn man dann sein Geld schlugt. keine Ahnung, also davon habe ich auch noch nie was gehört mit Features so, ich meine, er macht jetzt nicht übermäßig viele, aber, ähm, so, keine Ahnung, er käme mir jetzt auch nicht rüber, wie jemand, der Features mit Leuten plant und die dann irgendwie einfach nicht macht oder so, ne? Keine Ahnung, ist schwierig, irgendwas dazu zu sagen, ich weiß auch nicht, woher er das halt weiß, von den Leuten direkt, die es betrifft, die mit ihm das Feature hätten machen sollen oder irgendwo gehört oder, keine Ahnung, ne? Wie auch immer halt. Guck mal, lass mich nicht anfangen zu erzählen. Wallah, lass mich nicht anfangen zu erzählen. Ich habe die ganze Zeit über Abi, Abi, Abi gesagt, Öle, Abi, dann amuneroyan, ja? Wenn sana Abi, dir san, korchum dan del, sayrenan, dir am sana, tamamme. Aber, Alter, sendo zaman abi, lini, gösterlan? Was ist das? So, nein. Also Übersetzung an der Stelle gerne auch in die Kommentare. Weg, Alter. Das ist, äh, Feierabend auf jeden Fall, Feierabend. So, ich habe mir gestern das Video angeguckt und ich dachte mir, von mir selber, ne? Und ich dachte mir so, Alter, ich hasse das, wenn irgendwelche Rapper so, äh, komische Faxen machen und, äh, nicht, nicht mit Namen rausrücken und so, ne? Und jetzt habe ich so einen Scheiß selber dahingerotzt. Deswegen hier heute nochmal das Video dazu, ja? Damit jeder Bescheid weiß. Ich lasse mich nicht drücken, von niemandem, ja? Nicht von Manuel Senn oder auch nicht von, von sonst wem. Bei mir gibt es so eine Faxe nicht. Ich schwöre dir, bei mir, das ist mein letztes, das, ey, Alter, bei mir findest du deinen Endgegner. Bei mir findest du deinen Endgegner. Nennst du mich fähig? Das sind schon, ja, wie soll man sagen, ne? Was heißt harte Ansage? Aber, äh, ja, trotzdem krass. Also ich hätte jetzt nicht genau erwartet, dass er das so krass auch ausdrückt und so. Auch wenn es natürlich, man muss sagen, er ist schon sehr offen da bei dem Ganzen. Also er zählt halt einfach so raus, ne? Ohne jetzt irgendwas wegzulassen oder zu verschönen vielleicht. So was auf jeden Fall gut ist. Und, ähm, ja, genau halt auch das, was ich halt meine, ne? Warum soll man auch irgendwas weglassen oder warum soll man sagen, ja, es gibt da eine Person und diese Person, ja, die hat das und das gemacht, so. Sondern dann kann man natürlich auch, oder sollte man auch einfach raushauen können, wer das halt ist, so. Ist selber Hangaround, Alter, läuft da mit irgendeiner, äh, bunten, selbstgemachten Kutter rum und will mir was erzählen, Alter, über ein Prozenter. Hau ab, Junge, hau ab. Wer bist du, Wer bist du? Spielst dich hier? Ja, man merkt schon, auf jeden Fall, der Cengiz ist schon auch, das fuckt ihn schon ziemlich ab, auf jeden Fall. in der Rap-Szene auf, als wärst du Gott persönlich, Alter. Starford, ja? Was ist los mit dir? Und das gilt auch für alle Leute, die um Manuelsen herum sind und da sagen und diesen, und diesen Typen hochhalten. Guck mal, ihr seid alle nur so lange gut bei dem, bis ihr einmal was, was gegen ihn sagt, bis ihr einmal was macht, äh, bis ihr einmal nicht das macht, was er sagt. Das sind diese Mafia-Taktiken, wisst ihr? Öh, wir haben dich doch immer höflich gebeten, wir waren immer nett zu dir, immer korrekt zu dir. Aber wenn du einmal Nein sagst, dann bist du auf einmal abgeschoben. Nicht nur abgeschoben, dann fangen sie an, dich zu drücken. Wir lassen uns deine Frechheit nicht länger gefallen, wir lassen uns deine Angriffe nicht länger gefallen. Lan, was für Angriffe, Alter, ich mach YouTube, Lan. Ich mach YouTube, ich mach ein paar Videos und ihr kommt mir mit Angriffe, Mangriffe, dies, das, safe. Absolut, genau das, was ich am Anfang meinte. Das sind einfach nur fucking Videos, die vielleicht von 5 Minuten bis 15 Minuten oder so gehen und man einfach nur so ein bisschen seine Meinung dazu abgibt. So, man kennt meistens die Leute ja noch nicht mal persönlich, sondern man kriegt halt nur mit, Bushido macht da und da, das mit dem und dem. Lass die Leute doch einfach erzählen, was die wollen, so. Wenn die natürlich was erzählen, was nicht stimmt oder was komplett, so was beleidigend ist und so, dann kann man das verstehen, wenn es den Leuten nicht gefällt. Aber vor allem manche Leute, die kommen halt mit gar nichts klar. Jetzt wie bei Moises halt damals war, so ein paar Witze und so. Er hat über fast jeden irgendwann mal Witze gemacht. Auch über Leute, mit denen er jetzt teilweise cool ist, weil die Leute es vielleicht auch einfach noch normal oder sagen wir mal menschlich aufgenommen haben. Und ja, so manchmal darf man sich selbst auch einfach nicht zu ernst nehmen. Ich glaube, das ist bei vielen Leuten das Problem, dass die sich die meiste Zeit einfach selbst viel, 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 viel zu ernst nehmen. Zu Angriffe, Alter. Ich dachte, ihr wart alle damals dabei. Dann wisst ihr, wie Angriffe aussehen. Ist das ein Angriff für euch, Alter? Lächerlich, lächerlich, lächerlich. Geh mir weg, geh mir weg mit der Scheiße. So. Ich habe jetzt hier meinen Standpunkt klar gemacht. Da braucht auch, Alter, ich schwöre, da braucht auch gar keine Anrufen mit irgendeiner Scheiße kommen. Nö, das Video sofort runter oder so. Nein. Nein, nein, nein. Gar nicht anrufen, gar nicht reden. So. Ja. Ich habe meine Bewährung. Du hast deine Bewährung. Ich weiß, du sagst jetzt, oh, Bewährung, ich weiß, egal, bla, gehe ich in den Knast, ja, du bist ja Löwe, du bist krass, Alter. Zwei Meter, Maschallah. So. Geh mir nicht auf die Eier, Alter. Geh mir nicht auf die Eier. Tamam. So. Damit ist jetzt alles gesagt. Aber ich bin mir sicher, das wird Manuel Elsen bestimmt nicht einfach so auf sich sitzen lassen. Ja, ich würde sagen, wir machen hier einen Cut an der Stelle. Das Video geht eh schon relativ lange, wie immer, sehr viel rumgelabert habe. Aber ich hoffe dennoch, ihr könnt so verstehen, welche Meinung ich dazu habe. Ich bin gespannt, was ihr vor allem davon haltet. So als Zuschauer, sage ich mal, wie ihr das Ganze aufnehmt. Würde mich interessieren. Ansonsten, das Video bei Cengiz geht noch ein bisschen weiter. Fünf Minuten. Ich gucke es mir auch gleich noch an. Aber an der Stelle, wenn ihr das noch eben zu Ende schauen wollt, dann geht da natürlich gerne rüber. Schaut euch das Video zu Ende an. Und ja, ich werde das wie gesagt auch machen. Lasst gerne ein Like und ein Abo da, Freunde. Aktiviert auch gerne die Glocke. Und wir sehen uns wieder morgen, denke ich mal, mit dem nächsten Video. Heute wahrscheinlich nicht mehr. Bis dahin. Ciao.